E-Commerce.de präsentiert der Podcast. Für bessere Strategien, mehr Freiheit und Erfolg. Neue Folgen jeden Montag um 15 Uhr. So und damit ganz recht herzlich willkommen heute zu einer weiteren Folge vom E-Commerce.de Podcast. Heute mit Anton Herrmann hier von Spacecoats aus Stuttgart angereist. Und wir sprechen heute über das Thema Expansion innerhalb Europas. Wie bringe ich meine Produkte sozusagen vor allem für die Leute, die jetzt in erster Linie in Deutschland verkaufen, auch auf die anderen Marktplätze, spezialisiert auf Amazon und haben da heute sozusagen einen Insider mit dabei. Ich würde sagen, schön, dass du da bist erstmal. Stell dich doch einmal kurz vor und erzähl vielleicht so ganz kurz, was du genau machst. Vielen Dank für die Einleitung, Niklas. Ich bin der Anton Herrmann, wie der Niklas schon netterweise gesagt hat. Ich bin einer der Gründer von Spacecoats. Seit 2016 oder jetzt nicht mehr, aber ursprünglich selber Seller gewesen. Eigentlich Maschinenbau studiert und dann, ich mache es ganz kurz, mit meinen Kollegen 2017, dann die Forst ist zusammengeworfen, das ganze Amazon-Business noch mal größer aufgezogen, noch besser geklappt. Ich habe gemerkt, hey, wir können ja mehr als nur auf Amazon verkaufen und dann die Idee gehabt, für andere auf Amazon zu verkaufen. Das war mal der grobe Leuchtturm, den wir so angepeilt haben, für andere Unternehmen auf Amazon zu verkaufen. Und die ganzen Dinge, die sich daraus ergeben haben, die kamen dann auf den Weg, wie zum Beispiel, hey, die Leute brauchen ja gar keine Steuernummer mehr, wenn wir für die verkaufen. Und gerade bei Spacecoats, also ursprünglich halt bei Spacecoats, ja, wie so oft als Gründer, relativ viel gemacht, also Marketing, Sales, wenn es mal was Marketing nennen mag, also hier solche Podcasts, Videos und so weiter, Content, Sales, also im Prinzip die Inbounds abgearbeitet, die reingekommen sind. Und Operations, das heißt, wenn ein Kunde irgendwas von uns wollte, beziehungsweise wir verkaufen hier die Produkte für unsere Kunden auf unserem Account, dann habe ich das halt entsprechend umgesetzt. Das Ganze ist jetzt ein bisschen größer geworden und jetzt kann ich nicht mehr alles und ich will auch nicht mehr alles selber machen. Und deswegen ist das Marketing und Sales abgegeben und ich kümmere mich quasi nur noch um Operations. Mitarbeiter, hast du gerade gesagt, habt ihr jetzt mittlerweile 35? So, je nachdem, wie man zählt, so 35 bis 40, ja. Ja, sehr stark. Okay, und ja, ich sage mal so, dieser Schritt, auch gerade jetzt wird es, glaube ich, immer interessanter, wir sind jetzt in so einer Zeit, es gibt immer mehr Händler, die wirklich jetzt nicht nur ganz am Anfang stehen, sondern sich schon die ersten, das Produktportfolio aufgebaut haben und dann natürlich irgendwann überlegen, okay, wie werden wir jetzt größer und ein möglicher Schritt ist natürlich immer Europa. Was ist so ein Grund, was du einem Seller sagen würdest, warum ist es sinnvoll, europaweit zu verkaufen? Du hast das Produkt schon. Im besten Fall, wenn das Produkt auch von den Compliance-Richtlinien, das ist quasi so eine Hürde, würde ich sagen, für den europäischen Markt geeignet ist, dann ist es das gleiche in Grün wie in Deutschland. Ja. Du schließt den Marktplatz an, legst deine Listings an und machst einfach mehr Umsatz mit demselben Produkt und natürlich die Produktentwicklung und natürlich die Sourcing-Produktrecherche und so weiter und so fort. Das heißt, man copy-pastet sozusagen eigentlich das, was man in Deutschland aufgebaut hat, einfach in die anderen. Im Prinzip ja, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, die aller, allerwenigsten schaffen diese perfekte Kopie. Natürlich ist Deutschland eine Muttersprache. Hier hast du vielleicht ein paar Homies, die wegen Review-Generierung dir irgendwie weiterhelfen können und sowas. Das ist natürlich, die wenigsten Leute haben irgendwie italienische Verwandte, die denen da die ersten Reviews klar machen können. Und es ist nicht so einfach, weil es halt auf einer anderen Sprache ist, plus die Märkte sind natürlich nicht ansatzweise so groß wie Deutschland. Also ich weiß nicht, ob das jetzt noch hochaktuell ist in diesem Jahr, aber vorher war es so, dass quasi Deutschland genauso groß war wie die ganzen anderen. Zusammen. Zusammen grob, ja genau. Aus der UK ausgeklammert. Aus der UK. Genau, genau. Das heißt, es ist aktuell, vielleicht einmal, um es zu holen, Frankreich, Italien, Spanien, habt ihr Niederlande schon? Niederlande haben wir, Polen haben wir und Schweden haben wir auch. Schweden. Haben wir das vergessen? Italien, Spanien, Frankreich, Niederlande, Polen, Schweden. Ich glaube wir haben es ja. Und UK können wir auch, ja. UK auch, okay. Aber das ist nicht mehr Pani-U. Aber das ist jetzt ja schon mal eine wichtige Information. Und das bedeutet erstmal, also, das heißt ein Produkt, was in Deutschland performt und sagen wir mal zum Beispiel jetzt 15.000 Umplätze macht im Monat, würde, wenn man es sehr gut oder wenn man es wirklich gut hinbekommt, auf allen Marktplätzen jetzt außer UK die gleiche Summe an Umsätzen ungefähr erzielen. Sagen wir mal für ein Standardprodukt jetzt nicht zum Beispiel einen Sonnenschirm, der jetzt vielleicht irgendwie in Spanien öfter verkauft wird oder, sondern wenn man jetzt mal so ein normales Durchschnittsprodukt nehmen würde. Es ist absolut unmöglich zu sagen, weil jeder Markt unterschiedlich ist und jede Konkurrenzsituation ist unterschiedlich. Vielleicht gibt es halt einen Italiener, der halt mega gut irgendwie Tassen sourcen kann und du bist halt zufällig Tassenverkäufer in Deutschland. Aber generell, der Gesamtmarkt würde das theoretisch hergeben, ja. Okay, alles klar. Aber es kann auch sein, dass du mehr machst in einem bestimmten Land als in Deutschland, weil das Produkt dort gar keine Konkurrenz hat und das ist ja gängig, dass es weniger Konkurrenz ist als in Deutschland. Und das bedeutet, wenn man jetzt die Idee hat, hey, ich will mein Produkt oder ich will erstmal prüfen, ob es sinnvoll ist für mich, mein Produkt vielleicht europaweit zu verkaufen. Schritt 1 haben wir gerade schon kurz zu vergesprochen. Wie hat sie die Cappy, wollte ich gerade zeigen. Helium 10, einmal die Marktplätze sozusagen überprüfen und schauen, was geht. Ganz genau so würde ich es machen, ja. Okay, alles klar. Wenn man jetzt feststellt zum Beispiel, sagen wir mal, man verkauft jetzt irgendwas Nudelteller oder Nudelbesteck, dann sehen wir vielleicht in Italien, haben wir riesige Umsätze. Das ist tatsächlich so. Also es ist wirklich aus dem echten Leben jetzt nicht Nudeln, aber die Richtung, da geht schon in Italien auch gut was. Okay. Ist es dann immer ratsam zu sagen, okay, ich expandiere nach ganz Europa, sondern jeden Marktplatz oder ich fokussiere mich vielleicht jetzt auf erstmal einen weiteren Marktplatz, weil ich gesehen habe, da gibt es jetzt eine besonders hohe Nachfrage. Ja, also das ist eine strategische Frage, weil das hat auch was mit Lagerbeständen und PaniU zu tun, vielleicht für die, die es noch nicht wissen. PaniU bedeutet, also das Wort, also das Wort ist sowieso, gehört nicht Amazon, aber im Amazon-Kontext bedeutet PaniU, dass du ein Lagerbestand für ganz Europa verwaltest. Das heißt, du schickst ein Produkt nach Deutschland und dann wird das in ganz Europa verteilt. Wenn du jetzt nur einzelne Marktplätze dazuschalten willst, dann ist es nicht immer möglich, nur einzelne dazuzuschalten. Also früher war es ganz schlimm, da musst du immer alle fünf haben und wenn du eins nicht hattest, dann war das nicht mehr PaniU. Ja gut, du schickst die Produkte hin zu Deutschland, also Amazon D, Amazon verteilt die in ganz Europa. Du hast aber England nicht aktiv und du zahlst überall im Ausland die teuren Länderübergreifenden Versandkosten, dann hättest du es klar aus Deutschland verschicken können. Da hast du gar keinen mehr. Vor allem jetzt mit One-Stop-Shop ist das ja eh easy. Also das ist meines Erachtens eine strategische Frage, wie viel Lagerbestand hast du? Also viele Leute haben gerade Supply-Chain-Probleme, die kriegen dann die Ware nicht her. Also bevor du in Deutschland All-O-Stock gehst, wäre der absolute Horror und Wahnsinn. Das heißt auch mal aufpassen, okay, jetzt nicht nach Europa expandieren, wenn gerade Lagerbestand knapp ist. Auf keinen Fall. Das ist absurd. Das ist glaube ich super wichtig, weil ich habe ein Gefühl, viel auch Erfahrung mit Leuten, die eben gesagt haben, wir expandieren und das an einem Zeitpunkt gemacht haben, wo sie dann auf einmal auf sechs Marktplätzen aktiv sind und dann aber der Hauptumsatz, wo sicher Umsatz und Gewinn generiert wird, auf einmal wegfällt, weil da kein Lagerbestand mehr vorrätig ist. Durchschnittlos, Ranking-Verluste und so weiter. Also was man ganz gut machen kann, ist einfach die großen, also Schweden und so weiter ausklammern, aber Italien, Spanien und Frankreich, dass man die drei kombiniert mit Deutschland dann entsprechend angeht. Das würde ich so empfehlen. Wenn man genug Lagerbestand und genug Geld hat für den gescheiten Content, also Autoübersetzungen per Google oder die kannst du komplett vergessen. Genau, das ist der nächste Punkt. Wenn ich jetzt natürlich ein deutsches, also in Deutschland verkaufe, dann habe ich ja meistens meine Bullet Points, Texte etc. auf Deutsch, auch in den Bildern. Texte sind meistens auf Deutsch, zumindest wenn man jetzt erstmal auf Deutschland anfängt. Wie konkret läuft das ab? Also man sucht sich jemanden, der das übersetzt in der jeweiligen Landessprache, sucht man, das ist zum Beispiel ein großer Punkt, weil für mich, ich sage mal, eine Copy ist ja, oder ein Bullet Points jetzt, das ist ja nicht einfach nur ein Text, sondern da ist ja irgendwie auch ein bestimmter Sinnzusammenhang, dieses, ich sage mal so, diese Marketing-Sprache, die da drin steckt, die kann man ja nicht immer unbedingt eins zu eins so übersetzen in eine andere Sprache. Das heißt, ihr empfiehlt da ... Auf jeden Fall Amazon-bezogene Übersetzungs-Services. Also du brauchst auch nicht zum normalen Übersetzer gehen, weil der hat keinen von A9 oder A10 Algorithmus, ja, das bringt gar nichts. Und wenn du aber nur Keyword-Spashing betreibst, dann bringt das auch nichts, weil die es dann sich nicht mehr richtig lesen lässt. Also im besten Fall gehst du zu einer professionellen Amazon-Agentur, die das eben mitunter anbietet oder direkt zu einem Übersetzungs-Service, da will ich jetzt unbedingt Namen nennen, aber da gibt es ein paar, die ... Kommt morgen jemand vorbei hier bei uns. Dann hören wir doch mal. Aber okay, das bedeutet, also Texte einfach übersetzen lassen, aber mit wirklich Hintergrund von Leuten, die Amazon-Listings schreiben können. Und jetzt, das ist eine große Frage, ist auch so ein bisschen ein Problem, wir sind ja selbst sozusagen in diesem Prozess auch in der EU zu verkaufen, mit den Bildern. Ja, das ist ja mittlerweile gelöst. Genau, also du hast jetzt sozusagen die Bilder, das ist ja nochmal, je nachdem, ob man die jetzt selbst erstellt hat oder bei einem Grafiker, da hast du zum Beispiel deutsche Texte drin. Ja. Kann man das mittlerweile? Ist gelöst. Ist gelöst, das Problem. Zum Glück, also für die, die nicht wissen, von er spricht, ursprünglich war das so, dass du ein Bilderset für ganz Europa hattest. Das heißt, du hast die Bilder in Deutschland hochgeladen und dann hat man in Spanien dieselben Bilder gesehen wie in Deutschland. Hast du die Bilder in Spanien? Also mit deutschem Text in Spanien. Ja, genau, mit deutschem Text in Spanien. Und wenn du jetzt in Spanien die spanischen Bilder hochgeladen hast, hast du halt in Deutschland spanischen Bilder gesehen. Und das war halt wirklich ein akutes Problem und das haben sie tatsächlich gelöst. Also da… Das war nicht lange her, ne? Das ist ziemlich frisch aus dem Ofen die Info. Also es gibt einen zusätzlichen, also bei dem Dropdown Lagerbestand gibt es Bilder verwalten, Lagerbestand verwalten und so weiter. Und da gibt es dann eine neue Funktion, ich glaube Bilder verwalten heißt die und dann kannst du pro Land deine eigenen Bilder hochladen, wenn du registrierte, also eine registrierte Marke hast. Okay. Also nicht nur, du musst der Markeninhaber von einer Marke sein, also das haben wir festgestellt, also nicht mal, ob das du Rechte hast, sondern du musst der Markeninhaber von einer Marke sein, dann kannst du das aber auch für andere Marke machen. Mindestens einer oder Maxi? Mindestens einer Marke, genau. Also das haben wir festgestellt, also es steht auch irgendwo nicht offiziell. Ja, aber du musst der Inhaber von einer Marke sein, dann kannst du aber auch für andere Marken das machen, aber irgendwie ist das… Okay, alles klar. Unsere Spacecodes Mitarbeiter, die haben hier und da mal Schwierigkeiten, weil die ja nicht als Account, also als User Mitarbeiter von, äh Inhaber von einer Marke sind, das heißt, dann muss ich das halt irgendwie für die nachdenken oder irgendwie Workarounds finden, aber es geht. Das ist schon mal, das ist schon mal sehr, sehr erfreulich, das wusste ich tatsächlich jetzt sogar nicht, weil ich dachte, es geht noch über den Amazon Support und ein bisschen die zuzuspammen, bis es dann vielleicht irgendwann mal nachgeben… Das war der Zwischenweg, genau. Genau, das war wie mit den Videos ja eine Zeit lang auch, weil früher hatten wir es so gemacht, also gängige Praxis Deutsch-Englisch oder Englisch-Deutsch, sodass die Deutschen, dein Hauptmarktplatz, äh, ja, das verstehen, was du erzählst und alle anderen auch mitlesen, wobei Italien, Spanien und so, die können jetzt auch nicht… Nicht immer unbedingt Englisch, teilweise sogar besser Deutsch, aber gut. Okay, das bedeutet sozusagen, ich habe jetzt mein Produkt, ich gehe über sozusagen ein paar EU-Weg, das heißt, die Produkte können überall gelagert werden, ähm, ich habe die Möglichkeit sozusagen die Listings so zu erstellen. Und jetzt ist natürlich der nächste Punkt, okay, PPC. Ja. Ähm, oder ich, ein Ranking sozusagen aufzubauen, auch komplett. Ähm, vielleicht da mal gerade so Insights von dir, jetzt gerade, weil die Marktplätze ja auch deutlich kleiner sind als die in Deutschland, gibt es andere Strategien da Fuß zu fassen in den Märkten? Oder ist es im Grunde genommen das Gleiche wie in Deutschland, nur mit ein bisschen weniger Budget oder ein bisschen weniger Aufwand? Oder wie kann man sich das umfassen? Der Aufwand ist der Gleiche, aber das Budget ist entsprechend weniger, ist ja auch weniger Volumen pro Marktplatz logischerweise, dann hast du natürlich auch weniger Ausgaben. Aber im Prinzip ist es genau das Gleiche in Grün. Aber, was auch uns in die Karten spielt, die Bewertungen werden kumuliert, das war früher auch nicht so. Also als wir angefangen haben, da war das der übelste Film, da musstest du für jeden Marktplatz, Spanien musste ja halt irgendwie Bewertungen organisieren. Um dasselbe Produkt, was ja schon Bewertungen, 5000 Bewertungen in Deutschland hat, damit da ein Sternchen steht. Und das gibt es jetzt auch nicht mehr. Das wird kumuliert, das funktioniert auch nicht immer super sauber. Immer ein bisschen Verzögerung. Mal verschwindet eine Bewertung, mal taucht eine Bewertung, wird doppelt gezählt und so weiter. Aber generell, zu meiner Frage, ist es genau das gleiche Vorgehen, nur hier und da ein bisschen weniger Budget, aber nicht sparen. Also da darf man nicht sparen am Launch, das weißt du selber nicht. Absolut, absolut. Gerade auch vielleicht, wenn man jetzt plant, nach Europa zu expandieren, sollte man auch immer ein bisschen, glaube ich, einfach Budget auch einplanen, um mal ein bisschen auch sich auszuprobieren, zu expandieren. Das ist wie in Deutschland, man muss erstmal ein Gefühl für den Marktplatz bekommen. Zum Beispiel PPC ist so ein Thema. Wie würdest du das sehen, zum Beispiel von den Preisen oder sagen wir mal so durchschnittlicher A-Kost, ist der eher höher in den anderen Ländern? Ist natürlich unterschiedlich total, aber… Ja, das ist halt schwierig zu sagen. Es ist wirklich Konkurrenzsituation, wenn die Nische überlaufen ist, dann sind die PPC-Kosten höher. Wenn die Nische halt relativ frei ist, dann sind sie geringer. Ja, aber dadurch, dass grundsätzlich weniger Konkurrenz da ist, ist es in der Regel ein Ticken weniger. Und vielleicht, wie setzt man das praktisch schon mal? Also wenn du zu so einer Amazon-Agentur gehen solltest oder zum Amazon-Übersetzung-Service, dann kriegst du, wenn du das irgendwie dazu buchst, auch eine Keyword-Liste, mit denen du schon mal starten kannst. Und ab da ist es ein Numbers-Game. Also du hast quasi dein Listing, das hat die ganzen schönen Keywords, dann hast du deine PPC-Keywords, machst du deine Autokampagnen parallel dazu. Content muss immer stimmen, ist klar. Und dann kriegst du daraus aus den Autokampagnen dann neue Keywords, die du dann… Und es gibt auch wiederum Tools, die dir da helfen, um das automatisiert zu machen. Das könnte man vielleicht nutzen. Also alleine würde ich PPC allgemein nicht machen, weil es gibt keinen Sinn in meinen Augen. Das ist Fleißarbeit und Datenspielerei und das können einfach andere Leute besser sind. Aber wenn du es schon alleine machst, dann hol dir ein Tool zur Unterstützung, das dir hilft, diese Keywords herauszufinden, um die dann in die manuelle Kampagne zu bringen. Und wenn man es einmal aufgesetzt hat, sage ich mal, ist es danach auch… Es ist ein sehr fest… Oder man kann einen sehr festen Prozess definieren, wann Sachen… Absolut. Das ist aber schon mal interessant. Das heißt, du würdest nicht sagen, grundsätzlich ist es zum Beispiel teurer oder günstiger oder… In der Regel günstiger, aber ist es nicht grundsätzlich so. Okay. Oft ist es sogar umgekehrt, weil die Relevanz geringer ist von deinem Produkt. Ja, weil du halt vielleicht eine scheiß Übersetzung hast. Dann ist es teurer. Das ist nämlich auch das, was ich denke, oder was ich mir jetzt vorstellen würde, dass es im Großen eher teurer ist sogar, weil die Nachfrage einfach dadurch, dass sie geringer ist. Und es ist ja doch… Ich sage mal so, es gibt ja durch UK und Deutschland relativ viele Seller, die dann wahrscheinlich auch Pan EU von da aus betreiben und dann halt diese anderen Marktplätze so mit durchfüttern. Also dazu habe ich auch eine Info. Ich finde, die ist jetzt nicht mehr ganz so fresh von eineinhalb Jahren oder sowas. Ich habe auch mal einen Vortrag zu dem Thema. Man kann ganz… Das ist ein ganz guter Indikator, wie stark die Konkurrenz ist. Anhand von Anteil, hört sich jetzt asozial an, aber an chinesischen Sellern auf dem Marktplatz. Dann siehst du grob, wie gut ist, wird der Content von den Leuten sein. Und in Spanien war das so, dass mehr als die Hälfte der Seller waren chinesische Seller. Und das bedeutet, der Content ist schlecht oder gut? Das ist schlecht. Sehr gut. Also das ist gut für uns quasi, weil die gehen halt auf Masse und über den Preis und haben halt ihre Sourcing-Vortrag. Da haben wir ja eine Idee, wie Helium 10 sich noch erweitern könnte. Ja. Ja. Der prozentuale Anteil an chinesischen Namen. Ja, absolut. Interessantes Tool. Ja. Ne, aber das ist tatsächlich… Also hört sich interessanter an. Okay. Jetzt ist noch ein Punkt, der mich total beschäftigt. Gerade jetzt, wenn man halt diese Marktplätze sich anschaut, ist eben England. So, wir haben jetzt mit UK steuerlich etc., also ihr mit Spacecodes, ihr könnt das sogar mit umsetzen. Ja. Den Marktplatz jetzt insbesondere ist ja nochmal ähnlich groß, etwas kleiner glaube ich als Deutschland. Ein bisschen kleiner, war mal größer. War mal größer, ist mittlerweile ein Ticken kleiner, aber es ist von den anderen europäischen sonst der zweitgrößte nach Deutschland. Wie würdest du dich da positionieren? Würdest du sagen, hey, pass auf, England ist grundsätzlich sehr interessant, einfach weil es groß ist. Man sollte den auf jeden Fall mitnehmen, auch wenn es vielleicht ein bisschen extra Aufwand ist. Oder, hey, lass erstmal die anderen Länder ausprobieren. Ich würde erst gerne die Relativierung vom Tisch wischen. Das ist nicht nur ein bisschen extra Aufwand, das ist voll der Film. Also das ist eine ganz andere Welt. Ich wollte es gerade nicht so ausdrücken, aber klar, du hast jetzt natürlich, ist es halt nicht mehr EU. Ja, ist es einfach nicht mehr EU. Du brauchst ab nächstem Jahr, also eigentlich jetzt schon für ein paar Produktkategorien, brauchst du eine Responsible Address. Also das, was du hier machst als europäischer Händler, du bestellst deine Ware in Asien, schreibst als Importeur deinen Namen drauf. Ergo, wenn irgendwas tief gehen sollte, weißt du, der Staat in den Knast stecken soll. Und das gleiche brauchst du eben auch im UK. Und das kostet natürlich. Und das muss alles von denen nochmal Compliance double gecheckt werden. Also vielleicht, jetzt ist mir das ganz spontan eingefallen, wenn du einen guten Compliance-Check haben willst, dann fangen wir an in UK zu verkaufen. Wenn das da Compliance ist für den, der seinen Namen da drauf schreibt, dann ist das auch für dich Compliance. Okay, okay. Aber generell, um die Frage richtig zu beantworten, in UK hast du ungefähr ein ähnliches Volumen und zusätzlich gerade einen Rückgang an Konkurrenz logischerweise. Weil die Europäer, die vorher groß genug waren, in UK zu verkaufen, sind es jetzt halt oft nicht mehr oder haben einfach keinen Bock drauf. Zu viel Unsicherheit, die wissen nicht, wie das in Zukunft laufen soll. Und da ist die Steuer noch wirklich das kleinste Problem. Du brauchst einen Import of Record, du brauchst diese Verkehrbringungsadresse. Und es ist ein eigener Lagerbestand, den du verwaltest. Es ist nicht mehr PANIU. Ist es ähnlich wie USA mittlerweile, oder? Ist das schon ähnlich wie USA fast? Ich glaube, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, aber ich glaube, USA ist nicht viel komplexer. Vielleicht sogar einfacher aus dem Grund, weil man es schon kennt. Und man weiß schon, was da los ist. Und es gibt da schon Dienstleister, die sich halt genau um so zu kümmern. Aber finden wir einen Import of Record. Also wir haben da ewig, äh, nicht Import, das geht noch, aber einen Verkehrbringer. Also das ist für Europa schon fast so möglich zu finden. Und für UK gibt es auch ein, zwei Dienstleister, die wir jetzt kennen. Aber es ist super schwer. Das heißt UK erstmal hinten anstellen. Also wenn du internationalisieren willst, dann auf jeden Fall hinten anstellen. Also ganz klar. Das ist tatsächlich interessant. Also haben wir jetzt auch nicht so bei uns auf dem Plan. Wir machen in gerade Europa und USA auch. Und wenn man das mal so gemacht hat, dann weiß man auch jetzt vor allem USA halt, wird sich, denke ich, gut lohnen. Aber es ist schon erstmal ein Akt, da hinzukommen. Und dann, wenn man mal die Märkte und die Chancen da vergleicht, ist es natürlich dann interessanter. Das kommt, führt mich so zur nächsten Frage. Die Frage, ähm, USA, klar, ist ein bisschen, gerade wenn es sowas wie Swiss goods gibt es für die USA noch nicht. Oder zumindest kenne ich jetzt so in der Art und Weise noch nicht. Was ist der Grund, dass man sagt, ich bleibe in Europa oder ich gehe direkt in die USA und mache sozusagen den großen Schritt, weil man, also um die Marktgrößen dann mal vielleicht zu verteilen, also diese drei Länder, Spanien, Italien, Frankreich, zusammen, wenn die ungefähr so groß sind wie Deutschland, dann bedeutet das, dass das USA sozusagen ungefähr wahrscheinlich zehnmal wie diese drei Länder ist. Auf jeden Fall. Also ich habe so Nischen, wir schauen uns da auch gerade ein bisschen um, ich habe da so ein super nischiges Produkt, was in Deutschland, ja, 15.000, 20.000 macht, der Bestseller vielleicht 50 im Monat, macht das halt über eine Million. Also das ist halt Standard, dass auf der ersten Seite von irgendwelchen Bändern irgendwie jeder eine Million oder mehr macht. Das ist bei uns auch bei den Produkten, wenn du mal durchschaust. Das ist verrückt, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber natürlich wissen es auch mehr Leute. Es ist viel mehr Competition, ne? Ja, viel mehr, aber jetzt noch mal zu deiner Frage, was würde für das eine, was würde für das andere sprechen? USA ist ein ganz neues Projekt, ist ein ganz neues Thema, du hast im Prinzip auch einen anderen Login, also du kannst schon switchen die Markte, aber es ist im Prinzip ein eigenes Seller Central, du hast eine eigene Supply Chain, dann plötzlich gehst du nicht westlich rum, sondern plötzlich musst du östlich rum, anderer Spediteur, andere FBA-Preise und so weiter. Aber wenn du da mal drüben bist, ja, dann ist das auch, glaube ich, also wenn du das alles mal aufgesetzt hast, also ich würde sagen, Supply Chain ist so das größte Problem. Und du musst halt auch, das ist halt immer super wichtig, company-technisch, auch rechnungstechnisch in andere Währungen, also das ist auch nochmal, auch dann steuertechnisch, also ganz egal, ob du da jetzt eine Company aufbaust oder das eben hier rüberlaufen lässt, das ist natürlich nochmal ein anderer Akt in einem kompletten Drittland und dann auch noch den USA zu verkaufen, die steuerlich jetzt auch nicht unbedingt ein einfacheres Land sind als andere Länder. Ja, also umsatzsteuertechnisch ist das angenehmer in der USA. Viel angenehmer, ja. Ja, aber du kannst dich rückwirkend registrieren, das geht in Deutschland nicht, aber da hast du halt dieses Riesenthema von Product Compliance, ja. Und da willst du nicht haften, wenn da was schief geht. Ja, ja. Also, was sind die Vorteile von dem einen? Es hat ja beides Vor- und Nachteile. Der Vorteil von Europa, damit mal zu starten, du hast von der Supply Chain her null mehr Aufwand. Du schickst die Ware nach Deutschland mit Amazon, verteilt die in Europa für dich. Das heißt, du verwaltest alles über ein Seller Center, kannst die Listing schön anpassen und so weiter. Also es ist einfach deutlich weniger Aufwand in der Hinsicht, aber natürlich auch deutlich weniger Umsatz. Aber für USA brauchst du Geld. Und wenn du in den USA launchen willst, da gibt es ja das Snogs Beispiel. Die hatten es ja da auch mal probiert gehabt über das Global Selling Team hier in Berlin. Und das war auch nicht so einfach für die. Und die sind ja stark, die wissen ja, was die da tun. Und damit kannst du gleich mal zehnfache an PPCM planen für den Launch oder noch mehr. Also wie eben in Deutschland. Ja, ja, klar. Dafür ist halt der Report, okay. Das heißt, das ist immer ein Schritt auch eigentlich eher ab einem gewissen Level dann zu sagen, okay, USA ist jetzt nochmal ein größerer Schritt als Europa. Gut, dann vielleicht nochmal zum Ende. Das ist so das letzte Thema. Du hast es auch gerade schon kurz einmal erwähnt, so dieses sozusagen im Sourcing selbst. Man muss sich natürlich vorstellen, okay, man hat jetzt nicht mehr nur Kunden, die das auspacken, die jetzt Deutsch können, sondern es gibt auch Kunden, die sprechen Spanisch oder Italienisch. Wie oder was ist der cleverste Weg, jetzt beispielsweise was für die Verpackungsbeilagen oder die Verpackung selbst, Erklärung, Anleitung, was auch immer man da drin hat, Flyer oder zum Beispiel irgendwelche Leute legen da Bewertungsanfragen hin. Natürlich komisch, wenn die dann auf Deutsch ist. Wie? Aber völlig egal, also völlig egal, worum es geht. Was ist das Vorgehen gerade, weil das, was ich jetzt von PanEU oder wie ich es verstehe auch, man kann nicht wirklich genau natürlich einteilen, okay, der Teil des Lagerbestands soll da hin, der Teil soll da hin, sondern es wird einfach. Also vielleicht um das gerade zu, man kann das schon machen, also einteilen, wo die Ware hingeht, aber dann musst du jeden Lagerbestand selber verwalten. Du kannst auch die Entscheidung treffen, also was mit PanEU, das ist das angenehme System, aber du kannst auch die Entscheidung treffen, ich schicke meine Ware direkt nach Italien, dann ist der Lagerbestand auch in Italien. Also fangen wir vielleicht mal damit an, wenn es dir super wichtig ist, dass das einsprachig alles ist und alles ein schönes, schönes, rundes System, dann kannst du einzelne Listings anlegen. Jeweils im Ausland, beziehungsweise eigene SKUs und die Ware dann an die SKUs schicken, wenn es dir super wichtig ist. Da gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Vielleicht Unterscheidung zwischen Compliance-mäßig wichtig und Marketing-mäßig. Und die Produktsanforderungen, Verpackungs-Kennzeichnungsanforderungen, die müssen erfüllt sein in jeder Sprache. Also wenn du irgendwie Nahrungsmittel hast. Oder Erstickungshinweise oder sowas. Also Warnhinweise und so, die müssen immer auf allen Marktesprachen im Prinzip sein. Also da kommt man nicht drum herum, die auf dem Produkt auch irgendwo anzubringen. Und jetzt kommt es darauf an, ob du ein kleines Dösle hast oder ob du eine große Verpackung hast, wo du auch mehrere Sprachen, ich meine, du kannst sie auch anschauen. Die Seller haben nicht das einzige Problem, wenn du dir irgendwie einen deutschen Hersteller für Elektronik anschaust. Wenn du ein iPhone auf hast, hast du auch eine Million verschiedene. Da stehen ja auch verschiedene Sprachen drauf. Also ich würde immer Deutsch, dass es halt am prominentesten ist, wenn ihr Deutschland am wichtigsten ist. Und dann vielleicht den Englisch drunter, die Verpackung. Also wie gesagt, das sind nur Praxistipps. Also das kannst du am Ende machen, wie du willst. Aber klein drunter. Und dann die Hauptinformationen wirklich in den Landessprachen. Und wenn du es dann wirklich wissen willst, dann kannst du auch noch eine digitale E-Book zum Beispiel in der jeweiligen Landessprache verfassen. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Da kannst du dann das alles so schön aufbereiten, wie du lustig bist. Und dann zum Beispiel über Sellerboard kannst du einstellen. Wenn Empfängerland Italien, dann schickt das E-Book raus. Wenn Empfängerland Spanien, dann schickt das E-Book raus. Also das ist absolut, um das mal fertig zu machen, das ist absolut produktabhängig, was du da für ein Vorgehen wählst. Aber niemals, und das wirklich, das lege ich euch nahe, nicht auf Compliance, nicht die Compliance-Wahn nachlässigen. Amazon ahndet das gerade massiv. Also wenn du durch die Gruppen scrollst, jeden Tag werden Produkte gesperrt und gerade noch in der Vorweihnachtszeit keinen Verkehrbringer drauf, was ich vorhin gesagt habe. Listing gesperrt, Ware musst du komplett, dein Weihnachten vorbei. Aber das ist ja auch irgendwo, also das ist so ein Grund, wo ich sage, es ist in Ordnung, da auch Leute wegzusperren. Weil das gehört halt dazu. Und es sind meistens, oder zumindest sind auch, glaube ich, oft dann irgendwelche Chinesen oder unerfahrene Leute. Aber die gehen ja seltener dann wahrscheinlich in Panik. Obwohl, man weiß es nicht. Wir haben auch Leute, die kommen zu uns ins Training, haben ein Produkt und verkaufen das schon gefühlt auf der ganzen Welt. Über Japan machen wir dann nochmal ein Video. Über Japan machen wir das sehr gerne nochmal. Wir haben tatsächlich auch ein Angebot bekommen. Also Compliance, bitte das bitte sauber behandeln und dann müsst ihr für euch entscheiden, was sieht noch gut aus auf dem Produkt. Wenn es voll ist mit 20 Sprachen und es einfach nichts mehr zu lesen ist, dann sollte man sich das überlegen. Aber Compliance muss sitzen. Und das ist auch ein allgemein Thema, das hast du nämlich gar nicht angesprochen. Das wird viel zu wenig angesprochen. Wir spüren es halt jeden Tag, was du tust. W3E-Registrierungen, Verpackungsregistrierungen. Das musst du auch fürs Ausland entsprechend vorsehen. Also oft ist es einfacher als in Deutschland, manchmal aber auch deutlich komplizierter. Also wenn du dir Polen anschaust, das ist auch noch so ein Tipp. Polen kann man schon erstmal links liegen lassen dafür, wie kleiner Marktplatz. Das wollen die schon ziemlich viel. Polen, Niederlande, Schweden sind noch. Ja, die sind aber, die Holländer sind ja die Erfinder des Kapitalismus. Ursprünglich mit ihren Handelsschiffen und so. Da ist alles relativ easy mit Bagatellgrenzen und so weiter und erst ab einem Bestand. Easy aber Amazon auch noch nicht wirklich immer. Also jetzt ist ja von den dreien auch jetzt der Älteste, aber geht auch noch nicht wirklich viel. Nee, geht noch nicht so viel. Aber wenn du dann gerankt bist, dann bist du halt gerankt. Und wenn es da halt mal anläuft, du wächst mit Amazon. Das ist halt das Problem, die haben ja da eine andere Plattform, dieses bol.com. Ja. Ist ja, glaube ich, da relativ dominant. Ja. Aber gut, ist ein anderes Thema. Und Polen hast du dann Allegro, aber Amazon hat sich bisher immer ganz gut durchgesetzt, außer in China und Russland, glaube ich. Ja, ja. Okay, Andron, an dir vielen Dank. Auch, wie gesagt, Spacecodes. Und dann sehen und hören wir uns bestimmt das nächste Mal oder ein andermal wieder. Oder wenn ihr Interesse habt, das Ganze für euch zu vereinfachen, zu automatisieren, schaut gerne mal vorbei, was ihr macht. Und ja, dann dir vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und jetzt freue ich mich auf ein Wochenende in Berlin. Sehr geil. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.